So, hey Schnitzel, und da sind wir wieder bei Nino Kuni, der Fluch der Weißen Königin. So, und unsere Aufgabe ist es, einen Zweig zu finden, den man als Zauberstab benutzen kann, oder nicht? Reden wir erstmal mit zufälligen Leuten auf der Straße. Was meinst du, Oliver-Schätzchen? Ich habe die Blätter und Zweige weggeräumt. Das sieht doch schon viel besser aus, oder? Nein, wir brauchen noch einen. Kein einziges Ästchen ist übrig. Makellos. Äh, ja, danke, dass sie sich darum gekümmert haben. Oh, du brauchst dich doch nicht zu bedanken, Schätzchen. Es war mir ein Vergnügen. Oh, hm. Das ist ja doof, aber es ist doch nicht. Also ich meine, als ob wir nicht hier... Hier ist doch Gebüsch und ein Baum und so. Kann man sich nicht einfach was abbrechen? Das muss doch möglich sein. Und... Stört sie sich nicht an dem magischen Tierchen hier? Ist das... Ist das normal? Wir sollen auf jeden Fall das Tierchen eigentlich ansprechen. Aber ich will einmal gucken, was geht denn hier drüben ab? Hier stehen so viele Leute. Was ist denn mit ihnen? Achso, ich soll... Aha, okay. Wir sollen... Das Tröpfchen sagt, wir sollen erstmal einen Stock suchen. Na gut, dann würde ich sagen, müssen wir wohl mit ihm reden. Ähm, ich habe übrigens es diesmal jetzt endlich auf Japanisch gestellt. Ich glaube, das gefällt mir einfach besser. Ich hoffe, ihr kommt dann damit klar, wenn die Stimmen dann in den Audios ein bisschen anders klingen, wenn das dann kommt. Aber gewöhnen wir uns bestimmt dran. So, was hast du denn zu sagen? Hey, wo schaust du denn hin? Du willst doch nicht etwa den Laternenfall als Zauberstab benutzen. Also das kannst du gleich wieder vergessen. Der ist verflixt nochmal zu groß. Was? Wir brauchen einen Stock oder sowas. Klar, warum schauen wir nicht mal da drüben nach? Oh, okay. Okay. Wir folgen ihm. Ach, jetzt? Jetzt kommen wir hierher. Das ist in Ordnung, ne? Das stört echt niemanden, dass der hier rumläuft. Vielleicht ist er unsichtbar. Wir reden mal mit diesem Typen hier. Achso. Immer mit der Ruhe, Suze. Wir suchen erstmal ein Stöckchen. Okay. Das kriege ich übrigens nicht weg, wenn er das sagt. Deswegen kann ich das leider nicht vorlesen, weil das immer selber schnell weggeht. Ähm, ja, dann reden wir wieder mit ihm. Das ist aber mal eine schicke Kutsche. Was? Vielleicht besorge ich mir auch so eine. Hm, Entschuldigung. Das ist jetzt gerade nicht der richtige Moment dafür. Hier gibt es auch nichts Passendes. Schauen wir mal auf der anderen Seite, ja? Ähm, okay. Oh, und wenn du was findest, packst du in deinen Beutel, damit es nicht verloren geht. Okay. Wir haben einen nimmervollen Beutel. Ähm, da drin findest du alle Gegenstände hübsch nach verschiedenen Kategorien sortiert. Praktisch, oder? Q und E. Okay, das interessiert euch ja nicht. Jedenfalls, wenn du das nächste Mal einsagst, dann schau. Okay. Stimmt, ich wollte... In meinem Beutel. Geht klar. Stimmt, ich wollte ja sowieso mal... Ähm, gucken. Wohl auf mit Y. Ah, ja. Okay, dann nimm mal volle Beutel. Huch. Ähm, nee. Speichern wollte ich eigentlich nicht. Moment. Wie kann ich denn... Achso, weil ich Leertaste gedrückt hab. Haha. Na gut. Okay, wir haben Proviant anscheinend. Waffen, Rüstung, Accessoires, Leckereien. So, anderes als Proviant anscheinend. Zutaten und wichtige Gegenstände. Oha, unsere Klamotten. Ich hatte nicht gedacht, dass die ein extra Item sind, aber na gut. Wichtticket. Ein Vertrauten-Ticket, das gegen einen goldenen Wicht eingetauscht werden kann. Dann haben wir noch ein Broiler-Ticket. Ist ein Broiler nicht ein knuspriges, gebratenes Hähnchen? Ein Fluttering-Ticket, ein Greifchen-Ticket, ein Drachilein-Ticket und ein Kraftbrotts-Ticket. Anscheinend können wir uns ganz viel Sachen uns dann holen damit. Das wird uns aber bestimmt noch erklärt, was das ist. Und Feenkleidung. Ach, das ist die... Aha, das ist die Kleidung, die Tröpfchen anhat wahrscheinlich, oder? Und den magischen Begleiter. Ein altehrwürdiger Wälzer, gefüllt mit dem Zauberwissen längst vergangener Zeiten bis zum heutigen Tage. Okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. So, und was ist hier in dem Buch? Das wollte ich ja auch einmal angucken. Oh, okay. Wir können uns nicht bewegen. Ich drücke W, A, S, D, passiert nichts. Wir können auch nicht zoomen. Das klappt auch nicht. Kann man einfach klicken. Oh, okay. Müssen wir das alles durchlesen? Das ist ja echt... Monster. Vom feuersperrenden Drachen bis zum gewaltigen Riesen. Die Welt ist Heimat vieler furchterregender Monster. Ein Zauberer sollte so viel wie möglich über diese Wesen lernen. Bereits eine oberflächliche Kenntnis ihrer Gewohnheiten kann bei einer unerwarteten Begegnung entscheidend sein. Wisse jedoch, dass Monster nicht lange dieselbe Form behalten. Sie wachsen und entwickeln sich mit jedem Tag. Ein Buch wie dieses kann unmöglich erschöpfende Auskunft über sämtliche Varianten geben. Aber ein wahrer Zauberer, der diese Zeilen studiert hat, sollte in der Lage sein, mit neuen Formen fertig zu werden, ohne das Lehrbuch zu Rate ziehen zu müssen. Okay, das habe ich jetzt mal vorgelesen, aber wir können doch nicht... Also wir können doch... Das war doch... Huch, ich drücke mal Leertaste aus Versehen. Also wir können doch unmöglich das alles lesen, oder? Das ist ja richtig viel. Hm. Vielleicht wird es in der Story... Vielleicht liest man das ja so nach und nach. Wir machen erstmal die Quest weiter, würde ich sagen. Ach, jetzt sollen wir ihn nicht mehr anklicken. Jetzt scheinen wir ein Stöckchen zu finden. Hm. Oder können wir mal gucken, ob wir vielleicht... Ja, ich kann schon mal eins lesen, so ne? Aber ich lese euch doch jetzt nicht das ganze Buch vor. Ach, Katzin. Ah, das bringt auch nichts. Hier gibt es nichts, was wie ein Zauberstab aussieht. Ah, da könntest du recht haben, Suse. Wir sollten uns aufteilen. Ein größeres Gebiet abdecken, oder so. Ich sehe mich nochmal kurz in eurem Haus um. Du bleibst hier und suchst draußen weiter, okay? Äh, okay. Er geht in unser Haus? Das klingt aber schon ein bisschen verdächtig. Also gut. Braun und länglich. Braun und länglich. Oliver! Hm? Es ist wieder das Mädchen. Oh, du bist's. Ja, ich frag mich, wer die... Wer die ist dann am Ende. Aber die ist bestimmt magisch. Guck mal, die leuchtet doch schon. Als ob die nicht. Da ist doch eindeutig Magie am Werk. Na gut. Was sagt sie denn? Guck mal, die leuchtet doch schon. 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 So,そんな... Guck mal, die leuchtet doch schon. 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 Du erhältst einen alten Zweig. Ganz schön, dass sie nicht hingeschrieben haben, Zauberstab. Nein, nein, es ist noch ein alter Zweig. Na gut. Gut, jetzt müssen wir nur noch den richtigen Ort für unseren Zauber finden. Wir brauchen eine weite Fläche, um ein Portal wirken zu können. Wir brauchen Platz, damit er so richtig Schmackes kriegt, verstehst du? Brauchen wir denn überhaupt so viel Schmackes? Pa! Okay, vielleicht ist okay, wenn ich ein bisschen drüber rede. Pa, was ist das denn für eine Frage? Magie ist was Besonderes, nicht? Sie ist was Heiliges, richtig? Zauberai muss immer unter optimalen Bedingungen stattfinden. Du hast das wirklich noch nicht so oft gemacht, oder? Das ist doch das kleine 1x1 der Zauberai. Oh, äh, Entschuldigung. Also, gehen wir wohin, wo jede Menge Platz ist. Sowas muss es hier doch geben. Hm, der Marktplatz vielleicht? Ja, ich dachte, ich rede jetzt einfach ein bisschen drüber. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem gut verstehen. Aber, ich weiß nicht. Kann einer von euch japanisch? Ich kann ein paar Worte, aber nicht so richtig. Deswegen dachte ich, versteht man es ja vielleicht eh nicht. Aber ich finde es schöner, wenn es in Originalsprache ist trotzdem. Na gut. Ähm, ja, das Mädchen. Das war ja, aber Holla war das magisch. Ich frage mich. Hm. Sie wollte ja unsere Mutter retten. Aber, hat nicht geg... Sag mal, hier steht doch jemand. Kann ich... Ah, ja. Das ist ja der kleine Oliver. Was hast du denn vor, junger Mann? Es ist schon dunkel. Auf nach Hause. Wir haben dich gefunden hier in der Ecke. Gar nicht zu sehen. Ach doch, da ist sie. Hm, na gut. Ich dachte vielleicht, dass sie... Eine Secret-Dame. Und was hat die hier zu sagen? Hui, es ist ganz schön dunkel geworden. Ich glaube, ich sollte bald nach Hause laufen. Ja, sagst du zu dem kleinen Kind. Da war die andere schon ein bisschen umsichtiger. Na gut. Ich rede immer ganz gern mit den Nebencharakteren. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Was ist denn hier? Der Marktplatz ist der beste Ort weit und breit, um den Nachthimmel zu beobachten. Die Bank beim Brunnen ist mein Lieblingsplatz zum Sterne gucken. Oh, ich wünschte, ich könnte irgendwo so richtig cool Sterne gucken. Das wäre schon schön. Hallo, mein liebster Oliver. Gehst du zum Marktplatz? Krass, jetzt haben sie sogar Hintergrundgespräche in Japanisch. Cool. Was sagt die Dame? Ah, guten Abend, Oliver. Was machst du denn um diese Zeit noch draußen? Ich finde ja cool. Also ich meine, ich nehme an, es würde sich irgendwann wiederholen. Aber, die sagen ja wirklich alle verschiedene Sachen, ne? Und können wir, ach, mit ihm können wir auch reden. Was sagt er denn? Sollen wir nicht langsam mal zu diesem Marktplatz latschen, von dem du gesprochen hast? Ja, ist ja gut. Ähm. Ja, ich frage mich echt, ob die anderen den nicht sehen. Wollte nämlich vorhin schon im Video sagen, so muss der gerade sagen, dass, obwohl er sie nicht sehen kann. Er ist doch der Unsichtbare. Oh, wir haben einen Zauber gekriegt. Hui, welches Menü ist das denn? Na gut, aber braucht 0 MP, hat kein Element, keinen Effektraum und öffnet einen Übergang, der den Zaubernden zwischen den Welten reisen lässt. Jetzt frage ich mich natürlich, können wir den dann wirklich öfter zaubern? Also können wir dann wirklich immer zwischen der Magischen und dieser Welt hin und her? Oder ist das nur jetzt so für die Story? Aber egal, wir zaubern ihn auf jeden Fall mal. Muss ich irgendwas machen zum Zaubern? Das war's für die Story. Wo ist ja? Ja, das ist es! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin nicht mehr als Mensch. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr, Mensch. Ich bin schon Oliver. Ich bin ja, Mensch. Ich bin ja, Mensch. Oh, oh, oh. Sie sehen gefährlich aus, aber mega niedlich. Es ist eine kleine Nase aus einem Feuer, Evoli. Es ist eine kleine Nase aus einem Feuer, Evoli. Okay, Angriff. Keine Panik, Olli. Dein alter Kumpel Träufchen zeigt dir, wie das mit dem Kämpfen funktioniert. Schau dir mal den grünen Balken da an. Ja gut, das ist ja normal, die LP und die MP. Ja, genau. Das kennt man ja alles, ne? Genau. Magie ist im Moment noch nicht so wichtig, weil erstmal sind die Viecher wichtig. Okay. Da sind Infos dazu. Der rote Balken ist ihr Leben, das ist ja auch alles klar. Mhm. Zieh dem Fiesling mit dem Zweig 1 über. Okay. Alles klar, dann... Oh, kann sogar uns umsehen. Ist ja cool. Ähm... Okay, aber dann würde ich sagen... Erstmal Angriff. Auf ihn, ja. Schick. Oder sollte ich sagen, toll? So heißt es, wenn du einen Schwachprung triffst oder einen richtig übelen Angriff abblockst. Oh, schau, er hat was fallen lassen. Das hebst du am besten auf, klaro? Hä, wie soll ich denn das... Achso, okay, ich kann rennen. Das nennt sich Essence, Oli. Das verlieren Gegner im Eifer des Gefechts gerne. Die grüne Essence, so wie die, die du dir eben gekrallt hast, stellt ein paar LP wieder her. Und die blaue gibt dir MP zurück. Okay, ja, das ergibt alles Sinn. Genau. Gegenstände gehen auch. Jetzt wird es Zeit, dass du das Ganze selber ausprobierst. No, ich zeig ihm, wo es lang geht. Hä, aber wir können... Warte, wir können wegrennen. Wir können rumlaufen. Ich dachte, man muss da einfach nur stehen. Dann kann ich ihm ja ausweichen. Achso, aber ich kann Angriff drücken, oder? Ja. Okay, und jetzt wieder wegrennen, oder wie? Das ist ja mal ein interessantes System. Okay. Ich hoffe, euch wird dabei nicht schwindelig. Na, kann ich nicht angreifen? Okay. Wobei ich sagen muss, als Zauberer jemanden zu verprügeln, das ist schon ein bisschen low. Ich hätte gehofft... Okay, ja, wir haben... Oh, wir kriegen sogar drei Geld. Cool. Ähm, ich hatte schon gehofft, wir würden jetzt zaubern und nicht unseren Gegnern einfach eins überbraten. Aber na, gut. Ja. Ich bin erinnert. Ich bin erinnert. Aber es gibt keine Angegenheit, aber es gibt keine Angegenheit. Ich habe mich ein bisschen überrascht. So, so ist das? Du hast gesagt, dass hier eine Goro-Neyr-Ou-Koch-Kunde ist. Wenn man sich das, wenn man ein paar Dinge bleibt, dann kann man einen anderen Weg sein. Was ist das für eine Angegenheit? Ja, früher gibt es ein Geog-San. Der Geog-San-Kunde ist, dass die Angegenheit der Geog-San-Kunde kam, hat sich die Angegenheit verletzt. Ja boh Das war's für mich. Und eine Errungenschaft, wie von einer anderen Welt. Ich muss sagen, dass der Zauberstab aber jetzt nicht geht. Das enttäuscht mich auch ein bisschen. Ich hatte gedacht, das wär's jetzt. Hat das Mädchen uns wirklich nur... Ich mein, wie hätte der das dann mit einem Stock gemacht? Na gut. Ist es nicht wunderschön, Olli? Ah, ist gut, wieder hier zu sein. Unsere Welt wimmelt nur so von Monstern. Wenn ich eins von denen sehe, dann erscheint ein Ausrufezeichen über seinem Kopf und es rennt auf dich zu. Wenn es in Reichweite ist, hast du einen Kampf am Hals. Wenn dir mitten im Kampf die IP ausgehen, dann gehst du k.o. Also pass gut auf. Kleiner Tipp. Wenn du dich anschleichst, dann kannst du als erster zuschlagen und dir einen Vorteil verschaffen. Na gut, das kennt man ja eigentlich auch. Aber es funkt auch andersrum. Ja, okay. Oh ja, hier. Noch eine Kleinigkeit. Ein Geschenk von einem großen Großfürsten der Fee. Drei Weißbrote. Juhu. Äh, danke. Aber was soll ich damit? Ich kann es verputzen, wenn du dich nicht so doll fühlst. Die machen dich fix wie der Gesundmann. Aber ein Zauberer lebt nicht nur vom Brot allein, Olli. Er braucht auch einen anständigen Zauberstab und so. Das mickrige Ding da taugt nicht viel. Siehst du das große Schloss im Norden, Olli? Das Katzenbuckel. Jawohl. Ich denke, da finden wir einen Zauberstab. Also gut, machen wir uns auf die Socken. Okay. Was glitzert denn da? Oh, nein. Ein Gegner. Aber hier glitzert was. Wir holen eine Spornschrosse. Krass. Und dann ist es ja jetzt richtig... Ach, Mist. Ein Kampf. Direkt. Na gut. Ein Fratzspatz. Die haben nämlich ein bisschen an Pokémon, die Dinge. Nein. Okay, also anscheinend, solange die Uhr läuft, müssen wir ausweichen. Und jetzt können wir angriffen. Oh. Angriff. Ja. Okay. Wir müssen jetzt wieder wegrennen. Boah, ich habe das Gefühl, ich mache das gar nicht so gut. Ach, aber geschafft. Ein Glück. Ich hoffe, die LP kommen wieder... ...kommen wieder, wenn man auflevelt. Weil wir müssen ja jetzt... Ah, fast. Okay. Na gut. Und wieder ein bisschen Geld und ein Kugel-Ei haben wir gekriegt. Na gut. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal nicht kämpfen. Und... Boah, das ist ja richtig schön hier. Voll cool. Das ist jetzt so richtig wie in Breath of the Wild, dass man hier so rumrennt und... ...auf jeden Fall sehr schön. Ich will jetzt überall... Oh, mich juckt es ja jetzt schon ein bisschen, ne? Jetzt einfach irgendwo hin zu latschen. Aber ein richtiger Zauberstab wäre natürlich echt erstmal schön. Aber ich würde sagen, das heben wir uns auf für die nächste Folge von... ...Ni no Kuni, der Flucht der Weißen Königin. Ich freue mich schon drauf, die magische Welt mit euch zu erkunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.